Ampeln, AGB und Astronauten Willkommen zum golem.de Wochenrückblick. Mein Name ist Marc Sauter. Freie Fahrt für freie Hacker. Die Ampeln eines deutschen Herstellers können aufgrund von Sicherheitslücken leicht übernommen werden. Ähnlich wie in Computerspielen können Angreifer Baustellenampeln in Deutschland manipulieren und so Chaos verursachen. Die Ampeln verwenden ein schlecht gesichertes Windows CE. Einige Bauleiter lassen das Gerät aus Bequemlichkeit sogar dauerhaft eingeloggt. Die Recherchen zeigen, der Hersteller hat offenbar kein großes Interesse, das Problem zu beheben. Seit Monaten weiß er Bescheid, hat die Lücken aber nicht geschlossen. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat bislang nichts unternommen. Am vergangenen Sonntag ist die Frist zum Widerspruch gegen die neuen AGB von WhatsApp abgelaufen. Seitdem teilt das Unternehmen die Telefonnummern seiner Nutzer mit Facebook. Der hamburgische Datenschutzbeauftragte möchte das nicht hinnehmen und Facebook mit einer Anordnung stoppen. Ob das gelingt, ist fraglich. Die großen Verbände der Musikindustrie haben in den USA eine Klage gegen YouTube.mp3.org eingereicht. Sie wollen den Dienst abschalten, über den viele Menschen illegal Musik downloaden. Ein neuer Dienst für Internet-TV macht einiges anders als die Konkurrenz. Wir haben ihn uns angeschaut. Fernsehen im Internet mit Pausenfunktion in jeder Sendung. Keine lästigen Wartesekunden beim Zappen und ein eingebauter Cloud-Rekorder. Das bietet der neue Dienst Waipu-TV. Er setzt auf sein eigenes Glasfasernetz, um den sofortigen Kanalwechsel zu erreichen, auch wenn das Internet mal wieder überlastet ist. Zum Start wird ein Chromecast oder ein kompatibles Gerät benötigt, um den Fernsehstream auf dem großen Bildschirm genießen zu können. Mit einem Wisch vom Smartphone-Display wird der Stream auf dem Chromecast weiter abgespielt. Beim ersten Ausprobieren hat uns Waipu-TV sehr gut gefallen. Es könnte die Netflix-Generation wieder für klassisches Fernsehen begeistern. Mehr Geschwindigkeit mit alten Kabeln. N-Base-T ist von der Organisation IEEE zum neuen Standard erklärt worden. Netzwerker können damit 2,5 oder 5 Gigabit pro Sekunde erreichen, denn die Ansprüche an die Verkabelung sind geringer. Die Hardware-Auswahl ist allerdings noch bescheiden und ziemlich teuer. BlackBerry gibt die Entwicklung eigener Smartphones auf. Die Kanadier kämpfen seit langem mit hohen Verlusten und wollen das Unternehmen mit dieser Entscheidung wieder profitabel machen. Künftig will sich der Anbieter auf Dienste und Software konzentrieren. Der Security-Blogger Brian Krebs berichtet seit Jahren über DDoS-Netzwerke. Vergangene Woche wurde sein Blog von einer sehr großen DDoS-Attacke lahmgelegt. Tausende unsichere IoT-Geräte attackierten die WordPress-Seite. Mittlerweile ist Krebs wieder online und wird von Googles Project Shield geschützt. Microsofts neue Windows-Server-Generation ist fertig. Noch im Oktober soll Windows-Server 2016 verfügbar sein. Die interessanteste Neuerung ist der Nano-Server. Dabei geht es vor allem um Verzicht. Dienste werden auf das Nötigste reduziert und die grafische Oberfläche fällt weg. Das soll zusammen mit der Einführung von Containern Angriffe auf den Server erschweren. Elon Musk will den Mars besiedeln und dafür ein neues Raumschiff entwickeln. Auf dem 67. Internationalen Astronautischen Kongress hat der Chef des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX sein Konzept präsentiert. Das Konzept klingt fantastisch, basiert aber auf vorhandener und umsetzbarer Technik. Demnach soll das Raumschiff, wenn es fertig ist, von einer Trägerrakete in den Orbit gebracht und dann von einem anderen Raumschiff für die interplanetarische Reise betankt werden. Alle zwei Jahre soll schließlich eine Flotte von 1000 Raumschiffen zum Mars fliegen. Musk hält es selbst für gut möglich, dass der Plan scheitert. Die Erfahrungen der letzten 14 Jahre von SpaceX zeigen allerdings drei Dinge. Übertrieben optimistische Zeitpläne von SpaceX, übertrieben pessimistische Kommentare von Kritikern und die Erfüllung von übertrieben geglaubten Versprechen, wenn auch meist mit einiger Verspätung. Das war's vom GoogleMD-Wochenrückblick, bis zum nächsten Mal.